Oh, dieses Rumgedaddel immer mit den Handys. Weißt du was? Bei der VR-Banking-App, da kannst du wie eine SMS mir das Geld hinschicken. Da kannst du Geld senden auf mein Konto. Ist das nicht geil? Und dann kannst du weiter daddeln. Was hältst davon? Ja, das was? Sag ja. Komm her, wir machen einen schönen Strauß. Los, komm jetzt mit. Siehst du, hier kriegst du für den Zehnern ganz schick. Aber nicht unter, weißt du? Ich hab sechs uneheliche Kinder. Die müssen bezahlt werden.